Ja, Manuel anziehen. Schöne Aktion. Und jetzt die Chance. So, geht gleich noch ein guter Buss hier. Frühstor, das wird interessant hier. Carlos Sanchez, jetzt vielleicht. So, vielleicht die Chance auf dieser Reingabe. Ein fantastischer Treffer. Super, dieses Barschspiel. Dieses Tor war natürlich perfekt ausgespielt. Der Kieber hat den Fass, aber der Kieber hat den Fass. Und der Ärger hat sie. Er macht den Elber. Jetzt steht es hier 2 zu 1. Eine enge Kiste. Brian Fredericks. Schöne Planke. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich selbstvertrauen. Und hier aus kurzer Entfernung ganz die Geründung. Und hier aus kurzer Entfernung ganz die Geründung. Das machen wir jetzt. Willcher, klasse-Germitten von Leno. Ah, die Fans worden gerade in der Meter grün, das hört man deutlich. Lukas Pell, da kommt der Schuss. Tolle Aktion vom Tor. Der Bade ist im Tor aus, es gibt Ecke. Jetzt vielleicht die Banke. Könnte gefertigt werden. Philippe Andersson. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich.